So oft zu schon mal, in der letzten Folge waren wir hier unten unterwegs, haben wir das erkundet, hier drüben waren wir, bei der Geschwisterbucht und jetzt geht es hier weiter, Fort Imai, Abfahrt, würde ich sagen. Weg mit dir, was ist der Modell, ein Gegner von oben, ok, warte mal, nein, nein, ach Digga, Kari kommt zurück, Bruder, Der sind hier viele, Bruder. Oha, Kunai-Attentat! Kunai-Attentat, wie cool! Schade! Ok, hier sind noch welche, ok, das ist gut. Der Kunai-Attentat einfach, lol, wie OP ist das denn bitte? Lass die Falken los, hol die Banner zurück, machen wir auf jeden Fall alles. Ne, da bauen wir nicht, oder? Ne, wir brauchen Seide, wo bekommt man Seide bitte her? Ja. Das würde mich interessieren. 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber der hat keinen Helm auf, das heißt... Was hat das dir erschreckt? Ah, das mit diesem Kunai-Attentat, das ist glaube ich echt cool. Was ist das denn, Digga? Ach so. Na, die sind alle da oben. Ich weiß nicht, ob ich rauskommen kann. Wir haben auf jeden Fall jetzt jeden erschreckt. Und wie sollen wir denn, wie sollen wir uns denn hier High-Ground holen? Und wie soll ich noch auf jeden Fall sehen? Jetzt. Nice. Okay, jetzt geht's ans Schlechten. Ja, ans Schlachten. Jetzt geht's erstmal ans Schlachten, würde ich sagen. Ja, ans Schlachten. Ja, ans Schlachten. Komm schon, mach schwere Pfeile. Wie passen da schwere Pfeile rein? Oh mein. Wo sind denn die Falken? Oh mein, was hat ich mir füllen? Aua. Hey, ich bin Kettner hat machen. Na ja, egal. Na, ich hab doch doch. Ah, da sind die Falken. Hey, ich sehe ganz schön viel los, ey. Was ist das denn? Eins, zwei, drei Falken. Lassen wir das mit die Falken frei. So, hinfort mit dir, mein Freund. Nein, ach, Bruder. Wir sind viel zu viele, Digger. So, mein Freund. So, dann ist das auch schon geschafft. Das tut mir leid für die Hunde, aber geht leider nicht anders. Ich tut mir leid für die Hunde, es ist furchtbar, ich weiß, aber... Was wirst du denn machen? Du kannst nichts machen. So, wie ich jetzt nichts mehr machen kann, dass ich da reinkomme. Oder was? Nö. Es ist nicht unser Pferd, verpiss dich, Digger. Nichts gegen dieses Pferd, aber das ist nicht unser Pferd. Nur, 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 nur aufgestiegen sind, ne? Das ist ein paar Kotzen, wo ein Kager weggerannt ist. Naja, egal. Ich muss doch wieder hier rein, muss ich meine Maus rumlaufen. Halb so wild. Da oben ist es noch einer. Das sind so zwei Strohhüte. Hat der einen Helm auf? Jetzt nicht mehr. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf oder sowas. Also, relativ viel noch. Ich weiß nicht, wie viel Muniz es hier gibt. Ein Bereich von da drügen. Ja, сам gut. Ja. Was ist das? Hä, wie komm ich denn da rein? Ah. Knauze. Nein, ich brauch Leder, ich brauch Seide. Kann ich ihn durch das Fenster töten? Boah, kriminell. Wo kommt der wieder raus? Weg mit dir. Jetzt wollen wir uns den Brunschützen hier oben. Auf Wiedersehen. Weg gesniped. Okay. Und hier ist der letzte Banner. Ich wusste das bei ihm. Ich muss nochmal auf der anderen Seite. Ich muss, ich, ich muss erstmal den Banner holen. Deswegen. Ich weiß, du bist hier. So, das war's. Nice. Sehr schön. Gut. War naja verrückt. Verschneide ich jetzt noch zusammen, die zwei Parts. Aber das reicht jetzt erstmal. Würde ich sagen, oder? Fum. Boah, hat sich da jetzt viel aufgedeckt. Aber ich muss das vielleicht ja deswegen. Mache ich hier kurz Aufnahmestopp und schmied. Oh, nice. Jetzt, ja, da weiter. Gebiet ist geradet. Opa. Ja, minimaler Fail. Ah, wieder ein Duell, oder was? So wie es aussieht. Ne, Legendenerzähler. Ja, na gut, aber der ist ja immer in der Nähe von. Ja, die Legendenerzähler. Ah, Fuchsbau. Okay. Würde ich sagen, machen wir einfach mal irgendwann mal später. Wenn wir mal mit der Story durch sind vielleicht. Bevor wir jetzt zu dem Fuchsbau gehen, gehen wir dort hoch. Weil ich muss meine Dinger wieder auffüllen. Achso. Achso. Eins, zwei, drei, vier. Warte mal. Machen wir hier erstmal weiter. Oh, das war ganz schön knappe. Ah, das ist doch unsere Lieblingsbeschäftigung. Töte einen Gegner aus der Deckung mit einer Rauchbombe. Das ist doch immer schön. Haben wir noch aufbomben? Oh, yeah. Oh, ja, was ich stehe? Oh, ja, was ich? Wow. Ich will die ganze Zeit. Oh, okay, was ich. Achso, das ist der Mongolen-Anführer. Hä? Oh, wow. Keine Seide, ne? Aber wir können unser Dinger upgraden, habe ich gesehen, unser, äh, Schwert. Ja, das ist doch unser Pferd hier, Karge. Unser guter Mann. Okay, da oben ist eine Säule der Ehre. Wie viel haben wir hier? Brutal vieler. Obwohl, zwei da nur noch. Wenn wir das Duell für uns entscheiden, oder dieses Herausforderungsbedürfnis. Digga, ich habe, ich habe gerade... Oh Mann, echt. Das ist okay, das ist so P, Digga. Das ist so P, Bruder. Das ist so P, Bruder. Dieses Kunai-Attentat. Mit dem Ketten-Attentat zusammen. Viel zu P. Das macht die ganzen Fights so einfacher. Das macht die ganzen Fights so einfacher. Hä? 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 und zwar schützt kampf haltung das ist zu leid für diese hunde hier aber es geht halt leider nicht anders jungs ich werde euch nie vergessen ihr seid sicher ein zeichen meines dankes ja ja eigentlich wollte ich zum fuchsbau aber jetzt hat dermaßen viel los sei das ist total naja jo bald seid ihr frei der beste tag meines lebens mein herr geht lebt wohl ihr ehrt mich dies anhebt immer da nach hinten nochmal würde ich sagen jetzt noch ein fuchsbau den wir noch nicht abgeschlossen haben jetzt geht es zum gasthaus da hinten zu diesem turm hier ist alles voller dinge mongol der brutale akashima akashima ja ja auch viele leute eine herausforderung serie damals ok Na gut Dann halt nicht Das ist irgendwie verpackt, kann das sein Habe ich so das Gefühl So, dann gehen wir mal wieder hoch Und gucken wir uns mal hier um Ah, guck mal hier Ein Shishibo Nobana Okay Jetzt ist die Frage, wo wir weitermachen Da lang läuft Dieses Gebiet hier Wir machen hier unten im Lager weiter Das sieht aus wie im Mongolenlager Aua Aua Darf ich sehen Ist mir ein bisschen gefällt, aber egal Was haben wir da auch hinten? Soll ich da ehre, oder wie? Ich weiß nicht Irgendwas ist da hinten auf jeden Fall Achso, wieder zu ne Dinger So, jetzt geht es da hinten weiter Bei diesen zwei Banner Ich weiß zwar nicht, was es ist Aber es sieht auf jeden Fall interessant aus Achso, da waren wir da schon Ja, als sowieso aussieht waren wir hier schon Jo, hier waren wir schon Okay Dann geht es bei dem Nicht fertigen Fuchsvorweiter So aha warum führten wir uns auch jetzt mit leichter das hört jetzt hat man immer noch an andere musik wenn die musik bisschen milder wird dann erkennt man ist leicht anschein was haben wir hier außen post und scheint hier ist keiner mehr oder hier war keiner hier haben wir ja schon aber ich würde mir gerne kurz das anschauen das hier vorne wenn ich hier waren wir schon naja stimmt ja natürlich vor dem mai natürlich waren wir schon okay dann passt es ich würde jetzt gar nicht hier hingehen zum gasthaus jetzt erstmal spontan gesagt ja wir sind definitiv gegner ach du kacke bruder das sind keine gegner das ist eine halbe armee hier ja ja Was ist das? Ich muss die ja irgendwie rausgelockt bekommen. Ich muss die Harsintha wegschrauben. wir haben ihm seinen arm abgeschnitten ach du kacke aber dieses kunai attentat mit diesem neuen talis man was wir da haben komplett op digga kannst du mal erzählen wie op das ist so dann ist das gashaus geradet dann passt das haben wir noch was nein schon wieder man ich brauche seide ich weiß immer noch nicht wie ich an seide kommen soll ich nehme hier den sturm ritt oder herausfordern herausfordern steigt euch und kämpft das sieht mich zu den euren hohen Du informierst keinen, mein Freund. Wollen wir bei diesem Bogenturm, äh bei dem Aussichtsturm da vorne, waren wir da schon? Ich weiß es gar nicht. Ja doch, hier waren wir schon, definitiv. Ach du wühlschweine, naja, kein Bock auf euch. Da können wir eigentlich wieder den Sturmritten machen, oder? Ah, spätestens jetzt machen wir ihn. Töten, lol. War's das, oder? Geht da in der Nähe. Hä? Wo denn? Ich meine doch aber nicht das jetzt. Was? 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 Haben sie das jetzt echt gemeint, Digga? Dass diese zwei Gegner damit gemeint waren. Also, also diese zwei Trupps halt meine ich. Anscheinend schon. Hä? 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 Ist das verpackt? Ja, was ist denn? Ich will dich befreien. Gegner sind in der Nähe. Gegner sind in der Nähe. Ich hab doch alles umgebracht. Hallo Bambi. Vielen Dank. Aber da sind doch die Wildschweine, aber die haben doch auch nichts damit zu tun. Dauerrad oder was? Hä, jetzt geht's oder wie? Hä, na gut. Na, na gut. Äh, ja. Von mir aus. Geht's ungefähr in die Richtung. Äh, ja, ich weiß nicht, was es war, aber... Ob sie irgendwie verpackt war oder irgendwie, dass der Gegner irgendwie ausbluten musste oder sowas, oder? Oder die spawnen, ich hab keine Ahnung, Bruder. Na, wir haben es gemacht. Fertig. Okay, damit sind wir hier durch. Oh, ich schaue jetzt auf die Vorräte. Aha, ein Bär. Aha. Jetzt nicht mehr. Gut, dann sind wir durch hier. Perfekt. Nice. Schmeckt. Aber wir könnten hier noch hingehen. Wie lange ist die Folge wieder? Ja, das reicht das mal. Wahrscheinlich die zwei Folgen, die von vorhin. Aber wir können hier, wie lange nicht wegschauen. Ja. Ich hoffe, das ist ein Bär.